Schöner Rennsch, aber warm. Da ist dein Freund schon. Peter wird jetzt verrückt werden. Siehste wohl, da gucken schon die Richtigen durchs Tor. Wo müssen wir durch? Hier durch oder da durch? Hallo. Herzlich willkommen auf Kanton. Ich freue mich total. Mein Lehrling. Sollen wir erst mal, bevor wir loslegen? Du oder sie? Alles du. Alles du ist das Einfachste. Esel habt ihr auf den Inseln. Esel haben wir auch. Da wäre es schön, wenn ihr da drauf gucken könnt. Das ist unser Keks. Das ist die Linda, die sind erst drei. Für mich hat die ein tierisches Rückenproblem. Ich habe sie auch erst seit Januar. Ich weiß nicht, was der Vorbesitzer gemacht hat. Sobald du mit der Hand hinten auf den Rücken kommst, drück die den weg. Das wäre so auch ein Kandidat. Anton, du liebst doch diese Tiere. Ne? Ja. Da kannst du gleich zeigen, ob du schon was gelernt hast. Nach einer kurzen Führung über das tolle Anwesen geht sofort an die Arbeit. So niedlich die Esel auch aussehen, man sollte sie nie unterschätzen. So, was ist jetzt der Unterschied mit dem Kugelgelenk? Wie funktioniert das jetzt? Wo sitzt das Kugelgelenk? Wo sind die so beweglich? Das frage ich dich ja. Im Knie. Das Knie ist so eingehängt, dass er dort so weit mit bewegen kann. Er kann von hinten mit dem Huf sich hinterm Ohr kratzen. Er kann waagerecht die Beine in der Runde schlagen. Darum sind heute auch ja in Deutschland wieder Esel aktuell in Schafsherden integriert. Weil der Esel mit seiner Gelenkigkeit jeden Wolf sofort erschlägt, wenn er ihn zu packen kriegt. Der Wolf unterschätzt den Esel. Der geht da ran und der Esel schlägt zu. Und wenn er rechnet von vorne geht er ran und will ihn in den Hals beißen, dann kann er einfach in die Richtung Mitte hinterhand so ein Tier mit einem Schlag töten. Brutal schnell im Hinterbein. Und du kannst da nicht vorweg. Wenn zwei Meter so rund hauen, dann haben sie dich. Kann das angehen, dass du ein bisschen Angst kriegst vor dem Esel? Ja, das kann schon angehen. Angst wollen wir nicht haben. So einen feinen Kumpel hier. Schönen Speckhals. Anton versucht sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Klar ist aber, Tamme meint es ernst, der Lehrling soll ran. So, jetzt guckst du. Links hinten läuft er nicht gut. Wo kommt das her? Schneller. Du bist lustig. Du brauchst ein Fernglas, soweit es ist schon weg. In drei Schritten musst du doch sehen, das ist es. Sie will nicht wieder her. Der hat dich gesehen. Der Esel hatte ich gesehen und hat gedacht, der Typ hat größere Orden wie ich selber. Und das kommt mir auch mal ein bisschen komisch vor. Das Tier lässt sich seit Jahren nicht am Rücken berühren, kann Anton heute schon das Problem lösen. Guck, jetzt hat sie Lust gehabt zu laufen hier. Ja. Das ist ja das Coole. Ich finde das so herrlich an den Esel. Ja. So, was hast du gesehen? Hinten rechts ist der Fesselträger, der Sprung. Weiter. Und vorne links hat er sich aufgefangen und belastet. Du musst hinten beide Fesselträger gucken und links das Knie. Und vorne? Vorne meine ich, vorne rechts ist die Schulter. Das Bein nach vorne stellt und entlastet und über dem Kapralgelenk nicht abdrückt. Gut. Oh, Kumpel. Du bummst mich immer an. Genick. Kopf. Hast du gesehen, was damit ist? Der schwingt nicht so wie das Pferd. So. Und wo hat er denn ein Problem? Ja. Atlas. Er hat das Genick so gehalten. Also den Kopf in der leichten Tendenz nach vorne, nicht in der feiergerechten. So. Und das bedeutet, das Pferd hat einen Problemübergang pro Lendenwirbel. Wo würdest du jetzt anfangen? Du musst ihr jetzt erst mal erklären, was das Pferd jetzt hat. Und auch so, dass sie dir das auch glaubt, dass du das wirklich weißt. Und nicht so ... Der Esel hat hinten die beiden Fesselträger versprungen. Und vorne, rechts das ... äh, die Schulter raus. Der Entlasten stellt vorne immer das Bein nach vorne, damit er keinen Druck auf das Bein bekommt. Vorne, rechts. Und jetzt. Geil. Da muss ich nicht weggehen. Ja. Hör mal stehen, Mäuschen. Da gibt's keinen Trick. Nein, da gibt's keinen Trick. Da gibt's nur Trick, hinter einem anderen Esel sich hinzustellen und ... Anton. Ja? Ein Trick ist, nicht so lasch sein. Rangehen und fertig. Und anfassen das Bein. Und nicht dahinter bleiben. Du lässt ihn so mit dem Popo vor dir her drehen. Guck mal her. Das muss schief gehen. Komm. Geh dran. Geh dran. So. Der Respekt vor der Situation ist Anton anzumerken. Der Kampf Esel gegen Anton beginnt. So. Brrrr. So rumfassen, anfassen. Und jetzt rausziehen. Zack. Gut. Andere Seite. Ich weiß gar nicht, wo die schwere Atmung herkommt von dem. Es ist Angst. Haben wir da irgendeinen Stift? Der guckt. Noch ist er drin. So. Hast du ihn gehört? Ja. Gut. Weg. Den brauchst du nicht hoch, weil das nur der Fesselträger war. Was fehlt jetzt? Diese Seite. Vorne fehlt. Andro, ich glaube, die Übung ist gut. Wir gucken alle Esel nach. Genickt. Das hätte ich gern Sauerstoff zu machen. Wie mach ich das? Hand auf den Nasenrücken. Bei dir die linke Hand auf den Nasenrücken. Leicht im Genick. Nach hinten gucken, dass er nicht in die Steine tritt. Ja. Und ganz leicht zur Brust dehnen. Sehr schön. So. Am Anfang hatte ich schon ein bisschen Respekt davor, den Esel einzurenken. Weil Tam hat ja wieder mal erzählt. Seine Horrorgeschichten wieder erzählt. Dass ich dann wieder Angst bekomme. Ich hab erstmal Abstand gehalten und geguckt, wie er reagiert. Weil da reagiert ja auch jeder Esel oder jedes Pferd immer anders. Manche wollen ausschlagen, manche nicht. Aber diesmal hat's geklappt. Wir hatten mit einer C Workstation. Läden kann es auf das Gefühl haben.